Unglaublich, aber wahr. Im Leipziger Zoo ist ein Badaffel verschwunden. Ostersonntag stellten die Pfleger fest, dass aus dem Primatengehege ein Tier fehlte. Die Fahndung der Polizei nach dem vermissten Tier läuft weiter. Schon seit drei Tagen wird Badaffendame Roma vermisst. Doch bisher fehlt jede Spur. Der Zoo ist in Sorge und fragt sich, was macht man mit einem geklauten Affen?